Na gut, da hätt ich wahrscheinlich auch keine Zähne MAAAAN Ja, komm, du Pissgesicht gehst ja eh nicht rein. Oh, scheiße. Tschö. Was? Was hat man das überlebt hat? Mensch, Kobiet Nieb hat es ja richtig drauf. Ein Dragonier. Cool. Kann sich zu Dragan entwickeln? Äh, im normalen Spiel schon, ja. Ja. Das stimmt. Ja, komm rein. Ich werde hier noch wild. Das stimmt. Ich habe einen Eilbrief erhalten. Da eilt es aber. Ja. 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 Ein Arctos. Ist klar. Ich will es einmal schaffen. Das ist wie als würde ich ein legendäres Pokémon fangen, aber irgendwie klappt das nicht. Digger. 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 hallo also nicht mal schock 28 okay hat er noch einiges vor sich in einer verbindung schnur findest kannst du auch dein schock entwickeln lassen aber ich glaube das gebiet gibt es gar nicht hier entwickelt sich mit 18 ok 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 Das war's für heute. 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 Jetzt wirst du ganz wild. Ja, ich merke das schon. Das war's für heute. Achter. Sicher? Ja. Ja. Aus der richtigen Region? Leck mich. Kein Nationaler? Ja. Ich... Ich... Ich hoffe. Ich hätte auch gerne einen IP-Teiler, den hab ich noch nie gefunden. Ja, den kriegst du von einem Dingens. Achso, von irgendeinem Assistenten, ne? Vom Assistenten. Und von welchem? Du brauchst mal lange, bis man da ist? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, nächste oder übernächste Region. Okay. Na, jetzt bin ich gespannt. War Nationaler. Ich krieg echt die Krise, Alter. Digga. Digga, wie willst du denn das bitte schaffen? Oh, Junge. Wuhu! Dann ist das auf jeden Fall auch keiner. Wie wär's mit nem Tänz hier in der G? Aber eh mein... Fang ich ein paar Maschen. Oh ja, alles klar. Oh. Wie bitte? Immerhin fang ich ein paar Pokémon. Joa. Ist auch keiner. Digga. Oh, das war schon wieder so scheiße. Sowas wie Raupi oder so hab ich auch noch nicht gefunden. Was bist du denn? Ein Tengulist. Zählt der dazu? Kann auch noch einfach mal fallen. Ich hab hier grad die App offen. Oh Bruder, Maschok. Sieht nicht aus. Oh nein. Oh nein. Ich hab hier alles gesehen. Sieht nicht aus. Ach so! Scheiße! DIGA! Bist du seekrank? Ein Ponyta, Ponyta. Keto. Keto. Mein Gott, das ist so... Ponyta ist jetzt super, Sar. Nein, Alter. Ach, Digger. Lost. Jetzt ist der echt super Zahn gegen meinen Duclo ein, ey. Fass es nicht. Also... Es ist ein bisschen lächerlich, dass nicht alles an Pokémon gefangen hat und zählt. Boah. Gibt's hier irgendwelche... Der ist doch... Der müsste doch hier in der Version dabei sein. Ja, das müsste eigentlich sein, ja. Digger! Ssssssss. Ich brenne, Mama! Scheinwerferboot. Der ist ja vorbei. Wöhmer, Anne. Der ist ja irgendwie schon wieder. Der ist ja irgendwie schon mal der Schiff durch haben. Du musst ja eigentlich bald das Schiff durch haben, ich habe diesmal wirklich alle alle und angequatscht das ist doch super hab mir mal die müh gemacht dazu machen um ein bisschen geld zu farmen ja das wird auch nix ich wusste ich würde dich hier treffen hat man dich tatsächlich eingeladen wie ich war bereits 40 verschiedene gefangen er hat mehr gefangen als wir es gibt eine riesige vielfalt an pokémon bullshit alter der labert müll ach ja 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 jetzt lass sie verdammt noch mal fangen ich hab keine bocke ja ach so ich wusste gar nicht dass Blut sogar one shoten tut jetzt ist der auch noch verwirrt man ist verwirrt wie ich DICKER 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 Ich hasse dich So, ich will mir wieder Pokéballe kaufen gehen. Jaaaaaa. Alter. was die ist ein markt das war dann nicht so die krassesten monster und sie sagen ich will doch einfach nur die verkackte vm blitz haben man komme ich in einem tunnel ja gar nicht zu klicken gar nicht zu recht das habe ich auch vor 101 die zuschauer ist mir wirklich sehr leid dass das hier einfach alles gerade so extrem langweilig ist es tut mir wirklich leid aber ich kann ja auch nichts dafür dass das internationale pokémon sind die nicht dazu zählen mann alle die haben mich jetzt parallel ich schwere es ja ich schwere es ja ich schwere es ja ich hatte gerade schon meine faust gehoben das war peinlich ich habe elf nationale Digga, der will jetzt wirklich nicht fangen, oder was? Ah, f*** dich da. Los, Foucault, bring ihn auf Rot, bitte, danke. Ja, machst eh nur 9 Damage. Ah, du Kacke, okay, oh, perfekt, das war durch die Höhle gewesen, ne? Jo, komm jetzt, guck mal, flieg und flieg, oh, ist der da schon mal mein erster Kandidat dafür? Flieg und Sieg! Digga, willst du mich komplett rollen, du bist auf Rot, was willst du von mir? Flieg und Sieg. Junge, der macht ja gar keinen Schaden. Gefangen. Geh fangen, Leute. Mit 1 HP. Das war schon wieder zu viel. So. Und wehe, der zählt jetzt nicht. Hat gezählt, oder? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin irgendwie traurig. Mir fehlen doch nur noch 2. Da stand eine 6, baust du, glaub ich. Da war doch eine 8, oder nicht? Was ist eine 8? Du warst doch schon bei 7. Echt? Okay, dann hat's gezählt. Ich bin mir sicher, dass du schon 7 hattest und rückwärts gehen kann das eigentlich nicht. Aber stimmt, Digga. Wenn das passieren würde, ja, hau rein, spiel! Ja! Den hab ich schon. Geh weg. Du stinkst. Oh, Digga. Hab ich schon gegen dich? Nö, hab ich schon gar nicht. Wer darf wohin? Basti, der Oberjäger. Dan, 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 Dan! Die-alen-oo! Ein Reptil, alles klar, Diggi. Ein Wiesenor, ja. Ausdauer. macht sich bereit. Glittertanz. Das zerstört dein Leben. Wow. Wow. Zerstört mein Leben. Achso, äh, null. Bitte nicht. Ich hasse euch. Nice. Ach, wie Senior war kein Kanto-Regionsvieh, okay. Das ist klar. Ich dachte, du hast ja ein Ding ins Gefangene, ein Fleck, Mann. Ich habe aus Versehen, dass du das getötet mit einem Stahlflügel. Achso. Der Klassiker. Klapp, wenn wir uns. Der Klassiker. Der Klassiker. Was ist das denn für ein Pokémon, das alles das ist ein Tut Ewiges Eis? Außersteck Eisattacken A. 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 Ah Karporo Level 2 Stimmt den kann ich eigentlich auch fallen Ah Das ist das Gute, dass du Superzahn hast Ja, weißt du Deswegen habe ich auch DuFlo die ganze Zeit drin Noll, Alter Und DuFlo kriegt auch Com-Damage, deswegen stirbt sie auch, ne Hatte ich nicht auch irgendein Superzahn gehabt? Ich weiß das nicht Ne, Feuerzahn glaube ich Also Karporo muss definitiv zählen, also wenn der nicht zählt dann weiß ich auch nicht weiter Nein, hatte ich nicht Ja, der hat gezählt Ja, der hat 5 Ja, der hat 5 Karporo 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 Oh, der, den habe ich aber schon Oh, Nidoran Ja, den habe ich schon Ja, aber hast du denn Nidorina? Und Stubillica Der sollte eigentlich auch zählen Ein Puzzle Der zählt nicht Nee? Nee Oh, da kommt der direkt nochmal Ja, dann fang ihn doch einfach Für Pokedex Ja, aber ich will, dass meine Pokébälle dafür reichen Für meine Sehnen Ja Oh, oh Ja Ups Ja Achso, zwei. Ja, gut. Digga. Ich hasse es, wenn die mir Verbrennungsschaden geben. Das macht dann doch Damage. Bitte was? Digga, was ist denn da in der Höhle los? Oh. Oh, Igel-sam-ama. Oh, Vulkan wurde bepflanzt. Jetzt bist du mein. Du bist meins. Wobei, ich glaube nicht, dass er mit dem Pokeball reingeht. Never mind. Ich habe einen Stami. Oh, yeah. Oh, Kyrillia. Da habe ich schon. Ich glaube, viel mehr taucht hier auch nicht auf. Na. Oh, das hat er leider nicht gezählt. Doch, hat gezählt. Ich habe neun. Was? Das habe ich doch schon. Hat die auch gezählt? Ja. Das hätte nur einer. Ja. Und das wäre dann das Nobilikat. Da ist er. Finally. Aia, Bombe, Bruder. Das ist doch noch so viel Damage. Ich mache das klar, oder? Dann haut der einen Volltreffer raus. Ich fasse es nicht. So, jetzt aber. Ach so, klar. Ein Reiko geangelt. Geangelt vor allen Dingen. Ja, klar, Bro. Ja. Nein, es ist doch jetzt aber. Meine Katze. Boah, Junge, kommt da was an und aus seinem Reiko raus? Boah, das hat ein Reiko, sie. Merkst du selber was hier, ne? No. Okay, also, der will nicht. Okay. Ist das einer? Pirigon zwei. Ich denke mal. Pirigon eins auf jeden Fall. So, da ist der Zehner. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. War da gerade noch ein, oder war da gerade noch ein, ein Item? Wollte ich da ein Item übersehen? Oh, tatsächlich. Ja, hast du ja. Ich habe den eingesammelt. Ja, so. Oh, Basti, hast du den eingesammelt gehabt? Oh, der hat auch super Zahn, sehr gut. Gewaldro? Merkst du selber, oder? Kurz und schmerzlos. Also, bei dem Level-Unterschied macht er trotzdem so viel Damage am Superzahn. Hat keine Wirkung. Oh Gott. Achso, ja. Der Superzahn macht immer die Hälfte Schaden, ne? Ja, das ist halt crazy. Aber es tötet halt nicht. Und das ist halt die Würfe. Außer wenn der jetzt gleich mich so low hat, dass er irgendeine andere Pflegigkeit macht, und mich dann tötet. Ich hab's gefangen. Ohoho. Boah. 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 Okay. Ich hab's gefangen. Nice one. Fulcano Level 6, Fulcano Level 7, Fulcano... Vital Glocke, okay. Fulcano Level 8. Er hat nicht erzählt. Okay. Aber der Einsatz wird dafür neu. So, ich will jetzt aber hier nicht weiter gestört werden. Und dann kommt so ein Professor um die Ecke, ich glaub's nicht. NATO! 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 So, Viertelglocke, was bist du denn? Viertel nach acht. Eine Glocke läutet. Ja, und jetzt? Was macht ihr jetzt? No, der wird definitiv zählen. Oh ja. Grasflöte! Digga! Jetzt wird's hier wild! Der war wichtig und richtig. Tauburga! 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 Tauburga mit Hitzekoller! Ich fall vom Glauben ab, Alter! terrorists! Tauburga! Und dasましょう. Was ist das? Sollte er eigentlich überleben, oder? Nö. Hat schon dreimal hin zur Koller eingesetzt, weißt du? Warum soll der das überleben? Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Dann wird der Nächste. Der Nächste. Oh Junge, dieser scheiß Klingler. Mini-Pilz, ich fass es nicht. Ah, hier ist noch einer, Paraila-Höhr. Wird immer besser, oder? Also, ich glaube, bei mir gibt es in dem See nur einen Klingler, Alter. Wie würde Bastian jetzt sagen, das ist ein Klingler-See? Ne, ich finde das sehr kringlich. Wow, ok, ok. Ok, ok. Meine Träume sind gerade einfach davon geflogen. Da gibt es aber nur einen Klingler zu fangen. So, wenn das jetzt nochmal Klingler ist. KINGLER! Ja, das ist nun wieder ein Klingler. Das ist einfach ein Klingler-See. Kringler? Hm. Ok, das ist weiter schmied. Oh, ist das ein Klingler? Ja, der muss die Hitie sein. Also, ich bin eigentlich ein Klingler-See. Ich weiß ja, wo man sehr oft den Makohita fangen kann. Bei mir. Genau. Warum auch immer. Ja, das fragt mich auch. Du lebst halt einfach in der Makohita-Stadt. Na, es sind alle so blöbblemm. Brrrrrr. Oh nein. Sag nicht, der hält sich jetzt. Ne. Juhu, ich bin voll im Blitz. Juhu. Ich bin voll im Blitz. Juhu. 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 Warte mal. Was will der Typ eigentlich? Ja, ok. Ich hab keinen Schutz mehr, by the way, ne? Scheiße. Das ist nicht so toll. Ja, jetzt gehen wir die ganzen Pokémon wieder auf den Eier. Seit denn? Das wird jetzt eigentlich nicht so krass, ey. Ich glaub, der hat gar nicht gezählt. Echt nicht? Juhu. 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 Ich hatte schon 6. Durch Kinglar dachte ich, hatte ich 6. Ja doch, durch Kinglar hatte ich 6. Das hat er nicht gezählt. Oh, ein Schneckmeck. Schneckmeck mach ich mich nicht mehr. Schneckmeck macht den in Keckleck. Und wie bitte? okay und ich bin doch nicht weil wegen schlechten jetzt mach mal wie viel geld ich habe ja er cheater alles gut nein jetzt habe ich ach so aber der kann sich ja gar nicht teleportieren der kann sich gar nicht teleportieren der hatte ja der hat der atk gar nicht die fähigkeit gar nicht ja dann wird er definitiv mehr dürfte ich gar nicht so lange dauern mit level 16 jetzt bin ich mir auch sicher dass der zählen tut ja auf jeden fall hallo ich habe ein aber ich habe ein aber das heißt er kann sich gleich entwickelt der entwickler entwickelt sich dann zu einem taub zieht was rein theoretisch könnte ich jetzt eigentlich noch ein aber fangen und den dann noch mal entwickeln lassen dann kommt ja noch ein anderes pokémon raus nein das ist immer das gleiche du hast aufgepasst das ist gut das ist sehr gut ein test was du hast bestanden ich glaube ich glaube nicht dass das ein test war aber nichts kann man nicht so weiterentwickeln da braucht man schon steinkönner mit einem antler aber der aber der wird nicht zählen aber den fangt mir trotzdem sehr jung einmal bitte was und wir sehen uns aus aus Bis zum nächsten Mal.